So Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zurück zu Let's Betrachtung und kommt schon bei Wiggle Freeze. Yeah, ich kann das voll schnell sagen und so, ich bin voll der Held. Ähm, nee, ähm, bevor wir jetzt zum Boss gehen, Leute, werden wir natürlich noch den Secret-Ausgang suchen. Und zwar in diesem Level hier, damit wir das Level da unten noch freigeschalten bekommen. Und ja, das ist auf jeden Fall der Plan für heute. Und ich weiß sogar, wo es den Ausgang gibt. Ja, ich hab mich nämlich informiert. Ich dachte, bevor ich jetzt ewig hier rumsuche und nicht weiß, wo ich hin muss, gucke ich mal, wo es den gibt. Und dann geht das auch schneller und dann können wir hier schneller vorankommen und so. Ist doch voll cool. Und wenn ihr sehen würdet, wie geil ich jetzt Handbewegungen mache, wenn ich spreche. Das macht gar keinen Sinn, dass ich hier voll gestikuliere, obwohl ihr mich nur hört. Ja, so, legen wir los. So, ja, wir machen ein bisschen schneller. So, wir brauchen ja hier gar nichts mehr quasi. Wir müssen ja bloß den Secret-Ausgang finden. Denn der andere Scheiß ist eigentlich vollkommen irrelevant. Deswegen, Jump Ovation, Jumping going on. Ich mach dich Blatt, oh yeah. Wow, das war scheiße. So, Moment, Moment. Oh, wuh. Ach, komm schon, du Vieh. Geh mal nicht auf den Senkel. So, Moment, Moment. Wir machen das jetzt mal so. Yeah. So, hier ist eins. Und hier ist eins. Und das war es schon, leider. Wow, wow, wow. Wow, weil wir müssen, äh, Dingens, wir müssen Dixie-Kong safen. Wir müssen Dixie-Kong bis zum Ende des Levels safen. Und nur dann... Wow, ist das unfair. Gott. Nein! Oh, scheiße. Ja, und nur dann können wir quasi uns den Secret-Ausgang holen. Weil da brauchen wir Dixie dafür. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Auch wenn es nicht so meine Stärke ist, aufzupassen und vorsichtig zu spielen. Aber ich gebe mir Mühe, Leute. Es sollte irgendwie klappen. So, so. Ähm. Okay, okay, okay. Wir sind noch cool dabei. Es klappt doch bis jetzt alles. So, cool. Ja, wir können jetzt... Oh, Moment, ich brauche die Bombe. Ich brauche diese Melone. Und jetzt geht es weiter hier. So. Wow, 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 wow. So, du bist dick und schmeißt mit Bomben. Das finde ich gar nicht cool. Oh, oh, oh. Ziehen wir den Saft weg hier, Donkey. Warte los. Und... Swoopel. So, jetzt kommt der Scheiß hier wieder. Aber voll gepackt und so. Äh, zup, 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 zup. Und yeah. Okay. So, du bist nicht tot. Egal. Wow, Moment, 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 Moment. Ich warte hier lieber mal. Moment, Moment, Moment. So. Nochmal Luft geschnappt. Das war dumm. Das war richtig dumm. Wow. Okay, ich sollte aufhören rumzuscheißen. Was? Rum zu albern. So. Weil das könnte nicht gut ausgehen. Weil wir brauchen auf jeden Fall Dixikon. Ohne sie wird das Ganze nix. Deswegen ein bisschen aufpassen müssen wir jetzt. So, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Ja, okay, okay, okay. Alles ist cool, Leute. Noch ist alles cool. Jetzt bloß nicht hier einen dummen Leichtsinsfehler machen, wie zum Beispiel in diese scheiß Stachel links da reinrennen. Das wäre vollkommen unklug. So, 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 so. Okay. An dir auch nicht am besten kaputt gehen. Das wäre auch nicht so clever. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Leute, wir haben es fast geschafft. Okay, wir haben es geschafft. Wow. Ey, da runter. Los. Wow. Okay. Weil da müssen wir reinschwimmen. Da können wir los mit Dixie reinschwimmen. Aber wir haben es geschafft. Wow. Glück gehabt. Ich dachte schon, ich verkack's jetzt noch am Schluss. Yeah. Bananas. Haha. Oh, ist doch richtig geil, Mann. Oh, yeah, Mann. Oh, richtig geil. Oh, yeah, ist doch cool. Yeah. Södellödel, Leute. Sehr geil. Ähm. Gut, wir haben noch Zeit. Mal gucken, wie weit wir kommen im nächsten Level. Vielleicht packen wir die Welten auch noch in den Paar, obwohl das sehr eng werden könnte. Marmeladen-Promenaden. Oh, diese Wörter sind so witzig. Das ist unglaublich. Hier muss man was trinken. Ich trink voll gern und so. Also, das ist Cola. Nicht, was ihr wieder denkt. So. Los geht's. Schauen wir mal, ob wir hier gut vorankommen. Ähm. Das sieht mir nach einem Level aus, wo vielleicht Cranky ganz gut wäre. Ich nehm einfach mal Cranky. Einfach mal so. Weil ich mir... Wow. Weil ich mir denken kann, wenn ihr... Das war wieder mein Handy. Sorry, Leute. Wenn das hier so ein Level ist mit Stacheln und so'n Scheiß, da kann man ja Cranky auch mal benutzen. Der hat eh viel zu selten Auftritte hier in dem Let's Play, finde ich. Er sollte mehr gewürdigt werden. So, ein Puzzleteil. Sehr nice. So, da oben ist doch garantiert auch was. Moment, hab ich doch gesehen. Äh, kann man da nicht rein? Moment. Ähm, da ist was. Moment. Da kommt... Oh, wie fies. Wie fies. Da ist der Boden einfach verschwunden. Moment. Zank. Und Moment. Ah, Gott. Hier, Leute. Was ist denn los hier? Jetzt haltet ihr schon mal fest hier. Du alter Affe, du. Ja. Dankeschön. Warum nicht gleich so? Eih, ja. Okay, hier klappt der gleiche Trick eigentlich. Einfach immer nur draufdrücken wie ein Beklopter. Irgendwann kommt man schon dahin, wo man hin will. Pff. Zum Beispiel volle Kanne ins Loch rein. Ja, das war schon gekonnt auf jeden Fall. Ich weiß, was ich hier tue. Zerfenn. Ja, doch. Ich glaube doch, dass das Cranky hier eventuell eine ganz gute Wahl war. Hoffe ich doch zumindest einfach mal. Ich kann hier mit Cranky zumindest über die Stacheln hüpfen. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Okay, weißt du was, Cranky? Fick dich doch selbst! Das hab ich nicht gesagt. Äh, wow. Okay, wir nehmen uns am besten Dixi. Scheiß mal auf Cranky. Cranky geht mal voll auf den Senkel. Äh, Moment. Äh, 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 äh. Was geht hier ab? Was, was geht hier ab? Wir haben Co. Wir sind Co. Und so. Äh, Moment. Weißt du was? Komm, hier, den hier. Ernsthaft, was soll denn das hier? Mich verarscht dir nicht. Nee, nicht mit mir. Äh, muss ich das treffen? Oh yeah. Ich hab's voll zerstört. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's doch gemacht. Hallo? Okay. Was ist los? Komm, ernsthaft? Äh, ist da unten noch was? Ach, egal. Ist egal. Wir gehen einfach weiter. Weil wir haben Con. Und Con ist schon mal ganz cool. Äh, Bams Herz? Nö, brauch ich nicht. Da ist doch noch irgendwas. Ja. Guck mal, sieh ich doch alles. Sieh ich doch alles. Ich bin Belser. Das sieh ich doch alles. Lalalaladididi. Ahem. Komm. Hol dir doch einfach mal die Bananas. Ja, mal ernsthaft, Leute. Das ist ein scheiß Level, ganz ehrlich. Das sieht so leicht aus, aber man springt dir mal ganz schnell an allem vorbei immer. Ist echt so, wie ihr sehen könnt. Ah, Gott. Komm. Komm. Jawohl. Niiiho. Wow. Gott. Das war nicht so cool. So. Uah. Wow, wow, wow. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Wow. Wow. Okay. Noch ist alles im safe Bereich, auf jeden Fall. Gut. Haben doch alles gut überstanden. Besser als ich gedacht habe, auf jeden Fall. So. Nicht komisch Faxen machen hat es, ja, auch Faxen zu machen. Ganz ehrlich. Tut dir gut, wenn du keine Faxen machst. So, Puzzleteil Nr. 3. Eins haben wir ja schon verkackt. Leider. Gott, Mann. Was passiert hier? Das ist alles nicht so einfach. Ganz ehrlich. So. Leben. Dankeschön. Nehme ich gerne mit. Mir fehlt immer noch ein G. Man gebe mir ein G. Bliese. Naue. Oh, ein Herz. Und verloren. Und noch ein Herz. Sehr schön. Mir fehlt immer noch... Ah, da ist es G. Da ist es G. Wie komme ich ans G? Gib mir das G. Was zur Hölle war das jetzt? Was zur Hölle war das jetzt? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Muss ich ehrlich gestehen. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So. Das machen wir nicht nochmal so. Ah, so läuft der Spaß hier. Ah, ich verstehe. Es ist ja gar nicht mal so schwer. Geht eigentlich voll klar, wenn man weiß, um was es geht. Und man keinen Instant-Tod stirbt. So, aber wir haben Kong. Das ist doch die Hauptsache. Mann, wir sind doch cool. So, wir haben noch, naja, vier Minuten. Das wird eng für den Boss auf jeden Fall. Ah, wir versuchen ihn trotzdem einmal, würde ich mal behaupten. Oder sollen wir warten auf den nächsten Part? Hm, ich weiß es nicht. Ah, der Kong-Tempel ist da auf jeden Fall. Ja, komm, wir probieren den nochmal. Wir probieren den mal schnell, den Boss. Bäm's. Bäm's. Punch mit Punch. Was? Punch auch ganz oder was? Verstehe ich nicht. Punch mit Punch. Das ist ja... Ist ja ein Brüller. Aber nee, die Level sind wirklich cool. Also ich mag die Level-Namen. Die sind echt geil. So, wir holen uns erstmal wieder einen guten Freund namens Dixie Kong. Eine Freundin quasi. So, welcher Boss war das nochmal? Ich weiß es gerade. Ach, der Eisbär. Der war ganz schön schwer, glaube ich. In der schleckten Eis. Ganz gemütlich. Oh no. Ja, eigentlich hat der Eisbär doch gar keinen Stress gesucht. Er hat einfach hier gechillt, ein Eis gegessen und wir haben ihn provoziert. Also sollten wir uns nicht wundern, dass wir auf die Fresse kriegen, Fromm. Um mal auch hier die Seite des Eisbären verstehen zu wollen. So, ähm. Dann komm hierher. Wow, hat er eine riesen Reischweite. Was ist denn los? Blumms, ins Wasser gefallen. Wow. Okay, mal gucken, ob wir das hier gebacken kriegen, so auf Anhieb. Äh, was, was, was? Okay. Oh, er macht Eis. Da kann ich ja nie so kickt, so. Äh, stopp. Voll cool eigentlich. Äh, okay. Moment. Anlocken, anlocken. Jetzt ein bisschen weg hier. Weil er hat echt eine riesen Range mit diesem Scheißhammer. Oh, Herz. Sehr schön. Okay, das war Phase Nummer 1, denke ich mal. Wir sind auch voll aufgefüllt, oder? 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 Oder, oder auch nicht? Okay, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, mach da wieder Eisblöcke. Äh, ich hab keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. What? Wow, 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 wow. Okay, und, und zack. Wie ist ein Kick? Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Wow. Wow. Okay. Komm her. Und, bam. Okay, das war Phase 1 aber jetzt, oder? Bleibt das Herz eigentlich für immer hier? Weil da könnte man sich das einfach mal so hier auf der Stage liegen lassen. Und bei Bedarf einsammeln. Wow, was passiert jetzt hier? What? Eisblock Action. Wow. Bams. Äh, mein Draufspringen. Bams. Okay. Cool. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Na du, Großer. Was, was tut er jetzt? What? Okay, er macht, okay, mein Herz ist weg. Du hast mir mein Herz genommen. Gib's wieder her. Äh, wow, okay. Äh, was macht er, was tut er? Wow. Okay, 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 okay. Er hat noch nicht genug anscheinend. Wow. 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 Gott. Okay, und Bams. Sehr gut. Bananas. Okay, in welcher Phase ist er denn gerade? Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich. Äh, okay, was macht er? Okay, er macht den hier. Okay, okay, okay. Alles ist cool. Er kommt wieder da hinten. Okay, okay, okay. Moment. So, Eisblöcke. Okay. Und Jump. Sehr gut. Okay, komm her. Das sind wieder Eisblöcke. Okay. Alles ist cool. So. Und ein drittes Mal. Ne? Okay. Sehr gut. Und... Bams. Okay, alles ist cool bis jetzt, Leute. Es läuft. So, komm doch her. So, welche Phase ist er denn jetzt? In der dritten oder? Ich hab keine Ahnung. Was tut er? Oh, jetzt, 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 äh, okay. Wow, 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 wow. Mach keinen Scheiß. Moment. Hier. Drüber springen und so. Jetzt können wir die Viererkombos hier. Die sind ganz schön, wow, die sind ganz schön fies. Äh, okay, das macht der jetzt. Wow, jetzt macht der den hier, okay. Der ist auch ganz schön fies. Also ohne Dixi wäre das hier gar nicht so einfach. Wow, und der war angetäuscht. Oh, und der war schnell. Okay, was ist los? Was ist los? Okay, Moment, Moment, und Bams. So gut. Ja, sehr gut. Huh. Okay, bis jetzt läuft es. Okay. Okay, was machst du? Was machst du? Was machst du? Äh, er kommt wieder hinten, okay. Okay, was tust du? Okay, er macht wieder Kicken. Okay, er muss wieder balancieren auf den Teilen. So. 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 Und der Vierer, genau. Der ist echt fies, der Vierer. Wow, 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 wow. Okay, komm her. Okay, 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 und... Ja, geil. Okay, ich weiß halt ehrlich nicht, wie viel er noch aushält, aber... Ich denke mal, er ist gleich am Ende. Okay, okay, wow. Wap. Na du, komm. Okay, er schlägt wieder. Und er tritt. Okay, er macht jetzt Kombis. Er macht Kombinationen aus allem. Okay. Danke für die Münze. Sehr freundlich und so. Okay, 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 was tut er? Okay, er macht wieder den hier. Okay, Moment, packe ich das noch? Nein, schade, zu langsam. Okay, er macht es nochmal. Okay, jetzt packe ich es aber. Und... Voll in die Fresse, Mann. Beim ersten Mal, Leute. Geil. Und gleich mal... Wie viel mal gepuncht? 22 Mal gepuncht. Jawohl. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Beim ersten Mal. Jetzt habe ich den Part zwar ein bisschen überzogen, aber das war es mir jetzt wert. Wir haben den Boss beim ersten Mal blatt gemacht. Das war cool. Habt ihr heute mal ein bisschen längeren Part. Ist ja auch nicht so wild. Kann man ja auch mal machen. Und dann würde ich sagen, wir haben die Welt komplett, oder? Außer bis auf den Kong-Tempel halt. Ja, Leute, ihr könnt sehen, wir sind auf der Kong-Insel angelangt, die eingefroren ist. Und da geht es im nächsten Part weiter, Leute. Also, jetzt wird es wirklich Tropical Freeze. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau's.